Es sind Bastarde, diese Leute, die Anhänger des Weißen Christen, Bastarde. Ein weitgermisster Mann hat mir einmal erzählt, dass sie ihren eigenen Gott essen, essen sein Fleisch, trinken sein Blut, abscheunig. Sie hassen uns, wollen uns tot sehen. Also betet zu den Göttern, dass sie uns beschützen. Wir haben viele Götter. Die haben nur den einen. Die haben nur den Göttern, die in die Götter sind. Sie hat nur den Göttern, die in die Götter sind. Sie haben nur den Götter, der Götter ist. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018